Die Geschichte vom Hans Guck in die Luft Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern, Wolken, Schwalben, schaut er aufwärts anthalben. Vor die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht, also daß ein jeder ruft, seht den Hans Guck in die Luft! Kam ein Hund, dahergerannt. Hänslein blickte unverwandt in die Luft. Niemand ruft, Hans, gib acht, der Hund ist nah. Was geschah? Bauts, perdauts, da liegen zwei Hund und Hänschen nebenbei. Einst ging er an Ufers Rand mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe flog, also daß er kerzengrat immer mehr zum Flusse trat, und die Fischlein in der Reihe sind erstaunt sehr, alle drei. Noch ein Schritt, und plumps, der Hans stürzt hinab, Kopf über, ganz. Die drei Fischlein, sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei, und die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nass. Ei, das ist ein schlechter Spaß! Wasser läuft dem armen Wicht aus den Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern, von den Armen, und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei, strecken's Köpflein aus der Flut, lachen, daß man's hören tut, lachen fort noch lange Zeit, und die Mappe schwimmt schon weit. Exempelheid . . Untertitelung des ZDF, 2020